Liebe Zuseher des Deutschlandkurier, nach einer jüngsten Umfrage von Insa steht die AfD nun immerhin bei 15 Prozent. In den deutschen Ostbundesländern führt sie mittlerweile vor der CDU. Natürlich sind 15 Prozent immer noch viel zu wenig, bedenkt man die aktuelle Krisensituation, die fehlgeleitete Corona-Politik der letzten zwei Jahre, die fehlgeleitete Sanktionspolitik gegen Russland im Rahmen des Ukraine-Konflikts, die die eigene Bevölkerung bestraft, anstatt die eigene Bevölkerung in dieser Notzeit zu unterstützen. Ob es die fehlgeleitete Zinspolitik der EZB ist, ob es die enorme aus all diesen Fehlern sich entwickelnde Inflation ist. Wenn man das alles berücksichtigt, müsste unsere Partei längst bei 20 Prozent und mehr stehen. Trotzdem sind 15 Prozent eine richtige Entwicklung, eine Entwicklung, die Mut macht. Wie oft wurden wir in der Vergangenheit schon totgesagt? Wie oft hieß es, die Partei hätte ihren Zenit überschritten? Und nun stehen wir bundesweit bei 15 Prozent und ich bin fest überzeugt, wenn sich die Krise fortsetzt, wenn die Inflation weiter, weiter wächst, wenn die Bürger ihre Lebenshaltungskosten immer weniger, immer weniger finanzieren können, dann werden die Menschen wach, so wie sie es jetzt in Italien wurden und erkennen, diese Politiker, diese Regierungen, die vertreten nicht die Interessen der breiten Bevölkerung, sondern die vertreten irgendwelche Partikularinteressen, aber das Mandat, das die Regierungen eben haben, das ist das, das eigene Volk zu vertreten und seine Interessen. Und genau das funktioniert nicht und die Bürger werden merken und sie werden auch in unserem Land wach und erkennen, die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die klar sich gegen all diese Maßnahmen, die nun zu dieser toxischen Melange geführt haben, wo wir uns von einer Krise in die nächste bewegen, dass die AfD die einzige Partei ist, die sich grundsätzlich für einen anderen politischen Kurs ausgesprochen hat. Wir erleben eine Bundesregierung von Schaumschlägern, eine Bundesregierung von Politschauspielern, die hilflos überfordert wirken und dem Bürger, nun weiß Gott, nicht zeigen, wie man aus dieser Krise herauskommt. Und das ist unsere Stunde, das ist die Stunde der Opposition, der einzig wahren Opposition, der Alternative für Deutschland zu zeigen. Wir sind die Partei, die die Interessen der Bürger, die nationale Interessen vertritt, in Gemeinschaft zusammen mit den anderen Ländern der Europäischen Union.